Willkommen zum Hager Business Talk, heute im Gespräch mit Thomas Wetzel. Thomas Wetzel ist Leiter des Unternehmensbereichs Training und Coaching bei der Hager Unternehmensberatung. Thomas unterstützt mit persönlicher Überzeugung und großer Leidenschaft, Menschen dabei, sich gezielt weiterzuentwickeln. Mittlerweile hat er mehr als 5000 Menschen in ihrer Entwicklung begleitet und dadurch ein besonderes Gespür für jeden einzelnen Charakter entwickelt. Hallo Thomas, schön mit dir hier im Hager Business Talk einen Austausch zu finden. Dein persönliches Credo lautet, der Mensch macht den Unterschied. Welchen Unterschied meinst du hier genau? Ja, hallo Angela, das sage ich dir gerne. Wir Menschen treffen ja unzählige Entscheidungen, wir gestalten Prozesse, wir interagieren miteinander und darum ist aus meiner Sicht der Unterschied eben wirklich im Menschen und nicht in der Maschine. Wir empfangen extrem viele Signale über unsere Sinne, also wir nehmen über fünf Kanäle wahr. Das muss immer irgendwie interpretiert werden und solange wir Menschen mit Menschen agieren, ist es aus meiner Sicht immer noch der entscheidende Faktor. Nun hast du ja schon viele Menschen in der Weiterentwicklung begleitet. Inwieweit können diese Menschen oder ehemaligen Teilnehmer in der aktuellen Corona-Situation von deinen Trainingsinhalten profitieren? Sie können insofern profitieren, indem sie sich die Basisaussagen unserer Trainings ständig vor Augen führen. Eine dieser Aussagen ist zum Beispiel Vorstellungen beeinflussen unser Verhalten und das sind sowohl die positiven wie die negativen Vorstellungen, die das Verhalten beeinflussen. Dann ist es oft so, dass unsere Vorstellungswelt nicht identisch ist mit der Realität. Auch eine Aussage aus unseren Trainings immer zu überlegen, kann ich die Realität ändern? Dann sollte ich das tun. Wenn nicht, dann muss ich meine Vorstellung ändern. Was ich auf keinen Fall tun sollte, ist mich darüber zu ärgern, dass das eine mit dem anderen nicht identisch ist. Denn es gilt auch hier die Weisheit, wir sind immer selber schuld. Eine zweite Aussage, die in den Trainings oft getroffen wird, blamiere dich täglich. Es geht darum, neue Wege zu gehen und zwar sofort. Disruptive Umweltveränderungen führen oft dazu, dass wir agieren müssen. Gutes Beispiel aktuell der Lockdown. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten zu überlegen. Da muss direkt gehandelt werden. Und beim Handeln spielt dann die dritte These eine große Rolle. Resultate zählen. Wir müssen immer irgendwie ein sinnvolles Ergebnis kreieren. Und das wären die drei Basisaussagen, die auch in einer solchen Zeit aus meiner Sicht helfen. Es sind drei wirklich sehr interessante Aspekte, die du hier gerade aufgezeigt hast. Wie sieht es im Online-Bereich aus? Du hast deine Trainings ja auch online angeboten. Wie haben das die Teilnehmer da wahrgenommen? Und wie haben deine Kunden diese veränderte Angebotsmöglichkeiten angenommen? Ja, Angela, Sie haben das grundsätzlich gut aufgenommen. Aber auch hier Bezug auf deine vorhergehende Frage. Es gab ja auch keine Alternative. Also von daher war das kein großes Problem und man hat auch eifrig da ausprobiert. Nach sechs bis acht Wochen wurde dann aber auch klar, dass das digitale Format eben nicht alles kann. Es wird schwierig, Stimmungen zu übertragen. Du kannst keine Echtzeitinteraktion mit den Leuten durchführen. Und die Aufmerksamkeitsspanne ist halt eine andere, weil die Art und Weise der Wahrnehmung auch anders ist. Sodass man schon dann nach zwei Monaten gemerkt hat, es ist ein gutes Übergangsformat und für manche Dinge passt es auch. Aber für die normale Interaktion mit Menschen wird es wahrscheinlich kein durchgängiges neues Format werden. Gibt es bei all dem, was du uns jetzt hier schon dargestellt hast, einen Tenor, den du bei deinen Kontakten bei deinen Trainingsteilnehmern mitgenommen hast, den du uns aufzeigen kannst? Ja, das schließt auch ein bisschen an deine vorangegangene Frage an. Der erste positive Punkt war, es geht auch anders. Homeoffice, digital. Also es war zu sehen, man kann das auch anders machen. Für standardisierte Meetings, wo es um reinen Informationsaustausch geht, war der Tenor auch. Da ist es ein prima Instrument. Es spart Fahrzeit, Stress und sonstige Dinge. Da kann man das wunderbar machen. Ein Wendepunkt tritt ein in dem Moment, wo das Neue wieder zur Normalität wird. Dann verändert sich einfach auch die Wahrnehmung und der Umgang mit dieser digitalen Welt. Und wie ich eben schon gesagt habe, sobald die soziale Interaktion für das Entwickeln von Lösungen wichtig wird, spielt die physische Präsenz eine große Rolle. Eine letzte Frage, Thomas. Wenn ein Kunde oder ein Trainingsteilnehmer dich nach deiner persönlichen Meinung fragt, um auch während bzw. nach Corona erfolgreich zu sein, was gibst du dir mit auf den Weg? Auch das ist eine sehr gute Frage, Angela. Was gebe ich mit auf den Weg? Als erstes würde ich sagen, keine Zeit damit verschwenden, lange darüber nachzudenken und sich über die Umweltbedingungen zu beklagen, sondern zu agieren. Ab dem Moment, wo klar wird, dass wir es nicht mehr ändern können, braucht es neue alternative Wege, dann auch den Mut aufzubringen, Neues auszuprobieren. Und was ich für wichtig halte, und das ist wahrscheinlich etwas, das uns auch noch bevorsteht, im Nachgang die Entscheidungen, die getroffen wurden während der Krise, überprüfen, damit man zukünftig Strategien entwickeln kann, um für vergleichbare Vorkommnisse gut gewappnet zu sein. Thomas, vielen Dank für das wirklich spannende Gespräch, für die interessanten Erkenntnisse und Aspekte, die du uns hier allen mitgegeben hast und dir weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ich danke dir.